Hier fährt in der nächsten Zeit kein Auto mehr her. Das Unwetter, welches heute Nachmittag über Wuppertal tobte, hat mit seinen starken Niederschlagsmengen dafür gesorgt, dass sich hier an der Regerstraße in Wuppertal-Barmen die Fahrbahndecke um 10 cm anhob. Die Straße ist jetzt höher als der Bürgersteig. Am Ende der Regerstraße ist die Fahrbahndecke auf einer Länge von mehreren Metern aufgerissen. Der Schotter, der eigentlich unter der Fahrbahndecke lag, wurde bis auf die untere Lichtenplatzer Straße gespült. Ein wahres Bild der Verwüstung.